ähm, was braucht ihr denn so? Stein, komm, ihr habt alles was ihr braucht ihr wollt nen Tempel bauen na, macht mal ich schaffe das schon irgendwie, was auch immer ihr vorhabt ihr braucht mich nicht für jeden Scheiß so, hoppsa der Baum ist direkt von mir hochgepompt hopps, 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 hopps sooo, ich bin wieder daheim und weg mit den ganzen Karten wobei die Karte doch echt hübsch ist und die Karte hab ich schon so oft neu gemacht egal, ich habe reiche Beute elf goldene Äpfel ist doch mal der Hammer damit ist die Staffel gleich so gut wie gelaufen ich werde noch das, was ich braten kann, braten dann hab ich da in der nächsten Staffel mehr von und und munkern mal alles ein ich weiß nämlich noch nicht genau, was ich in der nächsten Staffel vorhabe die Uhr ist auf jeden Fall ein schönes Novel Item und ich nehme einen einen Bogen mit mit Pfeilen und äh Hauptsache ich sammle den ganzen Dreck hier, ja äh, die Samen jetzt noch zu säen wäre vielleicht eine gute Idee wo ist mein Eisen wo ist mein Eisen? ich sehe meinen Eisen gerade nicht da ich brauche noch Holz Stäbchen äh äh ja richtig ich hab das ganze Holz verkauft großer Baum, komm her ich glaube ich hab dich selbst gepflanzt war schon eine ganze Zeit her passt mir gerade sehr gut äh, ich muss zu ner Bergbank einfach Stäbchen bauen und säe dann hier pflanzen ich bin nicht so ein großer Fan von Farmen und Tierzüchtungen wieso hab ich ne Schaufel gemacht? ach Gott äh und lass das lieber die Dorfbewohner machen die handeln dann mit mir und bauen ihre eigenen Farben und backen ihr eigenes Brot oder irgendwelche Maisprodukte ja das ist viel einfacher wenn ich einfach mit denen Handel treibe super ich glaube ich hätte das nicht da pflanzen sollen da laufe ich doch viel zu oft drüber ich lerne es ja noch so hm Sand und Schießpulver 1,2,3,4,5,6 das freue ich auf jeden Fall bei der nächsten Expedition goldene Äpfel lasse ich hier ich sollte ein paar Pfeile herstellen wo sind jetzt meine Äpfel die der Bogen sieht viel zu sehr aus wie wow Hempseeds ich hab ja ich werde da sein Wulsch installiert ich werde davon mal ein bisschen sehen wow ich habe das Gefühl dass äh Miesers Sexturencheck da nicht mit spielt das ist doof schlecht für die Hanssamen wirklich schlecht so und ja ich hab so ziemlich alles was ich gebaut habe an die Stadt verkauft das das brät alles ich äh mach mir nur 15 Rüstung 1,2,3,4,5 es reicht leider nur für Schuhe und Mütze aus Leder das das ist mein Schlafanzug keine Hose kein Shirt so schlafe ich jetzt und damit endet die sechste Staffel Bye 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 Bye